Musik Musik Vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr froh, hier zu spielen dürfen. In dieser wunderschönen Kulisse und auch diese Orgel, diese historische Orgel hat uns sehr gut begleitet durch das Konzert und ich freue mich sehr, dass ich hier war. Der Leon hat einen Musiksommer, der schließt die Volksmusik immer mit ein und das gefreut uns natürlich ganz besonders. Und das in dem herrlichen Ambiente in der Wollfahrtskirchen da am Leonharzberg. Well, es war eine großartige Atmosphäre. Ich hatte ein Gefühl, dass die Zuschauer bereit war für uns. Wir sind ziemlich gut in Europa, sicherlich in Österreich, aber wir haben noch nie hier before. Musik 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 Musik